Der ist ja so locker hier. Danke, danke. Großer Moment der deutschen Fernsehgeschichte, allerdings hat mich das wahrscheinlich... Da sind einige immer noch nicht fertig. Danke. Jawohl, ich befürchte, das hat mich 200 bis 300 Zuschauer in der jugendlichen Zielgruppe gekostet, aber die holen wir uns jetzt wieder zurück. Sie ist nämlich gerade noch über 20, gehört jetzt schon zu den Großverdienern in Hollywood. Ihren ersten Erfolg haben über 250 Millionen Menschen gesehen. High School Musical war der erfolgreichste Fernsehfilm aller Zeiten. Sie spielt darin die Zicke Sharpie Evans. In Wirklichkeit ist sie aber ganz lieb, ist in den USA bereits ein Superstar. Bei uns ist sie auf dem besten Weg dorthin. Hier ist Ashley Tisdale mit It's Alright, It's Okay. Wirklichkeit. 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 It's Ashley Tisdale. Ashley, hi. Welcome. Thank you. First visit in Spain. Yes, yes. Actually, no, I have been to Spain before. Sie war schon mal in Spanien? What? I just translate in German. Oh, okay. But I have never been to Mallorca. Sie war niemals in Mallorca? You look a little bit like you could be Spanish. Oh, thank you. Does it go like you still care for flowers? Yes. Thank you so much. Also, bloom kommt immer noch gut an. Thank you. It's all right. It's okay. Let's, you know. Ashley, you see all the fans? Yes. This is amazing. Ashley Tisdale. Erstmals in Mallorca. It's all right. It's okay. It was great. Thank you very much. Thank you so much. I hope you downstairs. Thank you. Thank you. So.